Heute im nächsten Teil machen wir uns ein Schlagzeug. Und das Tolle dran ist, wir müssen nebenbei Schlagzeug spielen können, damit wir uns ein Schlagzeug einfügen können in unser Projekt. Und auch hier wieder, sei kreativ, probiere ruhig eigene Sachen aus. Ich will euch immer nur hinführen. Kreativ sein müsst ihr dann schon selber. Also Kaffee grabben und los, das mit einem Cakewalk. Ja, Hudi, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Also, wir möchten ein Schlagzeug in unser Projekt einfügen, und zwar ein virtuelles Schlagzeug oder auch VST-Instrument genannt. Und wo finden wir unsere ganzen VST-Dinger genau? Im Browser und den machen wir auch wie mit B, wie Browser. Wir möchten uns ein Schlagzeug und dazu sind wir hier schon unter Plugins richtig, aber nicht unter AudioFX, sondern wir müssen hier hingehen. Virtuelle Instrumente. Also, falls ihr hier kein Schlagzeug findet, guckt doch mal, dass ihr auch hier auf virtuelle Instrumente einfügen seid. Und ich habe hier schon einen Haufen andere Instrumente. Wir konzentrieren uns auf das Schlagzeug, das auch bei euch dabei ist. Und zwar, wenn ich jetzt hier eingebe SI, dann finden wir hier SI Drumkit. Und das ziehe ich mir jetzt hier in einen leeren Bereich. Was ihr auf keinen Fall macht, und das sehe ich leider immer wieder, die Leute legen sich eine neue Audiospur an und ziehen dann hier ihr Drumkit ein. Das wird nicht funktionieren. Also, lassen wir das gleich. STRG Z, STRG Z, weg damit. Wenn ich also ein virtuelles Instrument in mein Projekt einfügen möchte, dann ziehe ich das hier in einen freien Bereich. Und dann kommt dieses Dialogfeld. Zu viele Infos. Wir beschränken uns einfach hier. Wir lassen eine einfache Instrumentenspur. Die reicht uns am Anfang völlig aus. Und dann klicken wir auf OK. Und jetzt sehen wir hier unser virtuelles Schlagzeug. Und das kann ich auch schon anspielen. Mit diesem Schlagzeug wurde auch eine neue Spur erstellt. Das ist aber keine Audiospur, sondern eine sogenannte Instrumentenspur. Weißt du, dass der Unterschied ist? Bei Audiospuren gibt es einen Audioeingang, wie zum Beispiel vorher bei meiner Gitarre. Das Signal muss ja auch rein. Und einen Audioausgang, weil das Signal muss ja auch wieder raus über meine Kopfhörer. Bei einer Instrumentenspur ist es so, die hat auch einen Audioausgang, weil wir müssen ja wieder was hören. In meinem Fall sind das wieder die Kopfhörer. Es hat aber, wie ihr hier seht, wenn ich jetzt hier auf Eingang klicke, schauen die völlig anders aus, wie zum Beispiel der Eingang hier. Hier habe ich meine Studio Capture und kann die Audioeingänge auswählen. Kann ich hier nicht machen. Hier gibt es keine Audioeingänge. nur sogenannte MIDI-Kanäle. Und da müssen wir es ganz kurz ausholen und gucken, was ist der Unterschied zwischen MIDI und Audio. Beide sind für die Musikproduktion fundamental wichtig, aber auch so fundamental unterschiedlich in ihrer Funktionsweise. Stellen wir uns vor, als würde Cakewalk mit einem Audio-Rekorder dastehen und würde alles, was über den Audioeingang reinkommt, also Gesang, Gitarre, Bass etc., aufnehmen. Wir sehen es dann hier an der Wellenform. Ist aufgenommen und es klingt jedes Mal exakt gleich. Anders ist es bei einem MIDI-Gerät. Bei einem MIDI-Gerät kann ich kein Audio aufnehmen. Das funktioniert nicht. MIDI besteht grundsätzlich aus sogenannten Steuerdaten. Bei unserem Schlagzeug hier, habt ihr mal was vorbereitet, schaut es dann ungefähr so aus. Bei MIDI ist es ungefähr so, wie als würden wir dem virtuellen Instrument ein Notenblatt vorlegen und sagen, hier spielt es genau so. Ich kann es aber auch nachträglich ändern. Das ist ja das Tolle. Zum Beispiel habe ich hier ein Hi-Hat und das könnte ich jetzt ganz einfach verschieben und dann klickt das Ganze so. Man kann also grob sagen, bei MIDI wird anhand der Steuerdaten das virtuelle Instrument gesteuert und spielt auch hier exakt jedes Mal das Gleiche, was wir hier in dieser MIDI-Spur angeben. Und bei Audio ist es so, dass das, was wir einspielen, aufgenommen wird und dann später wiedergegeben wird. Sofern zum Unterschied zwischen MIDI und Audio, damit ihr da später nicht durcheinander kommt. Und anhand dieses Symbol erkenne ich, das ist eine Instrumentenspur. Möchte ich das Instrument dazu aufrufen, mit einem einfachen Klick hier, dann schiebe ich es auch wieder rüber und dann habe ich mein virtuelles Schlagzeug. Jetzt gibt es viele, viele Möglichkeiten, hier ein Schlagzeug selber zu erschaffen. Eine Möglichkeit, die einfachste ist, wenn ich hier in diesem Bereich aus den verschiedensten Presets auswähle, in dem Fall sage ich mal Rock. Nehmen wir mal, ich setze mal meinen Kopf herauf, damit ich auch richtig was höre und das wird jetzt ja Bing. Ja, gefällt mir. Hier sehe ich, es steuert wieder auf 0,0 aus und es ist wieder viel zu laut. Spätestens beim Abmischen, wenn mehrere Spuren zusammenkommen, übersteuert uns das Signal. Also gehen wir hier gleich mit der Lautstärke runter und prägt euch das auch gleich ein. Macht es nicht hier, nicht hier die Lautstärke ändern. Das geht zwar auch, aber das solltet ihr euch später aufheben, wenn es dann ums Abmischen des Songs geht. Diesen Beat, diese Elektro, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Und den möchte ich hernehmen. Klicken und ziehen an den gewünschten Startpunkt. Dann schauen wir mal, wie es jetzt auch hört. Klingt ja schon mal ganz geil und jetzt möchte ich es natürlich da verlängern. Wir haben im letzten Teil gelernt mit Klicken und Ziehen und gehaltener STRG-Taste. Kann ich das kopieren. Bei diesen Midi-Clips habe ich aber auch noch andere Möglichkeiten. Alle Sachen, die ich hier von diesen Cakewalk-Instrumenten rausziehe, sind automatisch keine normalen Clips, sondern Groove-Clips. Groove-Clips heißt, die sind automatisch gelooped. Wenn ich jetzt hier mit Klicken und Ziehen den rechten Rand erweitere, tadaaa, Copy-Paste. Und somit kann ich über den ganzen Song mal eben schnell ein Schlagzeug einfügen. Ja, ihr hört schon, so ganz sauber, wie es nicht eingespielt. Normalerweise würde ich es andersrum machen. Erst ein Schlagzeug einfügen und dann die Gitarre aufnehmen. Aber for the Tutorials sake, habe ich es andersrum gemacht. Das ist also Möglichkeit 1, wie ich ein Schlagzeug einfügen kann. Ich habe noch natürlich eine weitere Möglichkeit. Ich kann alles komplett manuell machen. Dazu lösche ich diese mal und öffne dazu eine weitere Ansicht und zwar hier unter Ansicht die Piano Rollen Ansicht. Mit einem Klick hier kann ich das vergrößern und jetzt könnte ich mein Schlagzeug manuell programmieren. Dazu brauche ich dann die entsprechenden Tasten. Hier weiß ich, dass die Kick ist. Wichtig ist auch, dass das Universalwerkzeug, das Smart Tool aktiv ist und schaue auch hier. Ich möchte Achtelnoten einfügen. Die wähle ich hier aus. Snap-Funktion ist auch auf ein Achtel. Man sieht gerade, ich habe hier die falsche Rasterauflösung. Achtel, ich möchte Achtel. Kann passieren. Also sollte bei euch der Raster bei, wie bei mir jetzt gerade eben gedrittelt sei in Triolen, dann hier unter Anzeige Rasterauflösung und Achtel auswählen. Und da mache ich mir ein Schlagzeug. Erstmal eine Kick. Die spielt auf 1 und 3 und die Snare spielt auf 2 und 4. Und dann möchte ich noch Hi-Hat und dann sollte es so klingen. Ich bin jetzt wieder in der Spuransicht und da habe ich jetzt hier mein selbst zusammengestückeltes Schlagzeug. Möchte ich jetzt das wie vorher erweitern, mit Klicken und Ziehen passiert hier gar nichts. Weil ich muss zwei Sachen machen. Dieses zusammengestückeste muss ich erst in einen Clip vereinen. Das mache ich, indem ich es markiere. Rechtsklick und sage hier verbinden zu Clips. So jetzt ist das Ganze ein einziger Clip. Und im zweiten Schritt Rechtsklick Groove Clip Loop Funktion oder Steuerung L und jetzt wenn ich ziehe kann ich mein Schlagzeug erweitern und hören wir doch mal rein. Möchtet ihr zum Beispiel mal eine Spur Solo hören dann habt ihr diese Tasten hier oder diese Buttons und klicke ich jetzt hier auf das S dann wird nur mein Schlagzeug wiedergegeben. Wenn wir sowas natürlich per Maus eingeben wie es ich gerade gemacht habe hat es einen entscheidenden Nachteil ich habe immer die gleiche Lautstärke und immer das gleiche Timing heißt es kann sehr oft roboterhaft wirken weil stellen wir uns einen echten Schlagzeugerin vor die prügel ja nicht auch immer in exakt der gleichen Stärke drauf sondern gibt es auch Variationen solche Variationen können wir auch bei Cakewalk machen und dazu zeige ich euch jetzt einen MIDI-Effekt auch hier machen wir uns den Browser wieder auf ihr habt es bestimmt schon erraten ihr müsst jetzt hier auf den Reiter MIDI-Effekte da gibt es ja eh nicht viele und da nehme ich Velocity und den klicken und ziehen auf na könnt ihr raten wohin nicht da auch nicht da sondern dieses Mal in den Clip selber und jetzt erkennt ihr es hier an diesem FX dass hier ein Effekt drin ist und so sieht der aus und wenn ich jetzt sage ich möchte eine zufallsgenerierte Lautstärkenänderung dann würde ich jetzt hier mal auswählen Change Zero das heißt alle Lautstärkeninformationen bleiben an und für sich gleich aber hier mit Randomize sage ich ungefähr so das war zu heftig so sage ich mal so 10 und dann hören wir mal rein wie das dann klingt so ich loop das mal gleich mit Tendenz stelle ich ein ob er die zufallsgenerierten Werte grundsätzlich niedriger macht oder Tendenz dazu macht dass sie eher lauter werden ich lasse es hier meistens auf 0 Doppelklick übrigens auch ein kurzer Tipp bei Cakewalk fast jeder Knopf oder Regler lässt sich mit einem Doppelklick auf seinen Ursprungszustand zurücksetzen und auch dieser Effekt ist nicht destruktiv wenn ich jetzt hier nochmal meine Pianorolle aufmache dann kann ich hier die Anschlagstärke anzeigen lassen und ihr seht die bleibt immer gleich obwohl dieser Miete Effekt drauf ist der wird immer während der Wiedergabe live generiert und halt also auch hier durch diese Zufalls Funktion bei jedem Abspielen ein anderes Ergebnis Möchtet ihr dass dieser Effekt fest in den Clip verarbeitet wird dann Rechtsklick auf den Clip verbinden zu Clips jetzt seht ihr ist dieses FX Symbol weg und mache jetzt nochmal meine Pianorolle auf dann seht ihr auch dass sich hier die Lautstärke dementsprechend geändert hat schaut ein bisschen wüt aus und klingt bestimmt auch so da aber MIDI Effekte so gut wie keine CPU Laut brauchen gehen wir zurück und lassen so dass wir auch möglichst lange flexibel sind ja jetzt haben wir ein virtuelles Schlagzeug gemacht und wie ihr noch deeper in die Schlagzeug oder MIDI Bearbeitung eintauchen könnt das machen wir jetzt in diesem Video hier und wie immer gibt es hier ein Video zu chillen und Bussi aufs Bauch iberli und Servus bis zum nächsten Mal